Jo... Na und du? Klingst du? Feuerbomben? Wozu? Hey du! Guck mal! Ich heil dich! Muss ich wohl erst ankloppen... Konntet ihr jetzt nicht heilen? Das könnt ihr noch nicht! Super! Hey du! Wann kann ich dich heilen? Mal ganz vorsichtig! Jetzt! Okay! Muss man einfach schnell genug zünden! Sische! Unterfenn! Käse! Lecker! Infizierter Kneipengast! Mist! Oh Mist! Das wollte ich doch gar nicht! Puh! Okay, gleich drei! Oh Mist! Der ist vorher krepiert! Ja, schon gut Steini! Wieder her! Okay, bei Steini geht das gar nicht! Doch, geht schon! Oder war er einfach an der Zeit? Ich weiß es nicht! Aber ich glaube, das Totem wegnehmen geht schon! Nur verzögert! Ich glaube, das Totem wegnehmen geht schon! Was? Hey, das ist mein Hau drauf, du Spongo! Muss ich da wieder volle Möhre drauf geben? Was hat dich hin umgebracht, den armen Kerl? Feuerbomben, Freunde! Wo kriegen wir die denn her? Sündet sechs Feuerbomben! Oder was platziert? Ja, platzieren sollen wir die! Und wo kriegen wir die her? Habt ihr den Pilzbefall auf den Gebäuden am Quetschpfeifenkapp gesehen? Es dauert nicht mehr lange! Dann werden genug Sporen freigesetzt, um die ganze Küstenlinie zu verseuchen! Bei den Befallenen, die sich immer noch am Quetschpfeifenkapp befinden, ist die Infektion bereits zu weit fortgeschritten und wir können sie nicht mehr retten! Also tun wir das Richtige und erlösen sie von ihrem Leid, um einen noch größeren Ausbruch zu verhindern! Ich habe einige Feuerbomben gebaut, die den Pilzbefall niederbrennen werden! Aber ihr müsst sie für mich platzieren, während ich den Zünder vorbereite! Nee! Tja, Freunde! Wie platzieren wir Feuerbomben? Da ist eine! Die können wir platzieren! Ah, so geht das! Okay, wir müssen also nur die Einkerbungen finden! Kann man das so sagen? Ja, ja, Mutter Finn, ich weiß! Wir brauchen nicht jeden Rare-Mob hinterher zu rennen! Da! Da! Wahrscheinlich ist hier drin irgendwo die Letzte. Hey, du armes Kerlchen. Hallo? Seh'n wir's. Was sind wir denn jetzt? Ach, hier. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch Sporenschlurfer. Wo's die wohl gibt? Schaut mal, ne Socke. Ja, ne Socke. Also ich mein' da dieses Ding, das da weht, ne? Schon klar. Sonst seh' ich hier nirgendwo Socken. Der hat ja ne coole Farbkombi. Grün-Rot. Das sieht man auch nicht so oft. So. Ach ja, Mutterfan. Schau'n, wer hat man hinter? Wir sind eh grad keine Schlofer. Schlofer. Ah, da ist einer. Und unsere letzte Folge ist fertig. Kinder, Essen ist fertig. Ab an den Tisch. Na, das Teil ist auch wieder da. Jetzt ist es gar kein Rare-Mob mehr. Vorhin war's ein Rare-Mob für uns. Seltsam. Vielleicht sind die nur einmal am Tag, Rare-Mobs. Oder nur einmal an sich. Könnte auch sein. Elisa, das alles zuzutrauen. Hey, die können wir sammeln. Cool. Frostwurzelstängel. Frostwurzelstängel. Ja, guck mal. Na? Wo ist er? Richtig dickes Kerlchen. 96, sollte man schaffen. Was haben wir hier? Sternenblume. Wie schön. So, Freunde. Das Übliche. Ruzi, höre. Ich stelle mal noch ein Tote. Falls die Selbstheilung von Führung der Ahnen nicht reicht. Keine Frage, die reicht. So. Nein, das war falsch. Zweijähniger Streitkolben. Nicht besonders schön. Wart verkauft. Den können wir ja nicht angeln. Moment. Sammeln, nicht angeln. Sammeln, wollte ich sagen. Nee. Hallo. Ich würde gern Wasser wandeln. Bitte. Uh, sieht das Teil geil aus. Das ist... Das hat sein... Das ist... Dabu. Dabu. Nee. Das hat sein... verdient. Oder sein... Oder sein... Irgend so was. Aber vom Level her gar nicht so hoch, ne? Ich mein, wir haben... haben 577 Item-Level und das Ding ist 588. Ich weiß ja nicht. Das ist nur Deko. Ne ziemlich gute Deko. Der oberste Kopf hat einen Pilz über dem Kopf. Das ist ja süß. Also der oberste Kopf hat einen Pilz über dem Kopf, wollte ich sagen. Danke. Ich möchte ihn bitte haben. Ich hab bitte gesagt. Ich soll erst mal sein Einblatt machen, bevor er mein... hier pullt. Zäh. Da bin ich wieder, der Herr. Wie sehen die denn aus? Das sind die hier. Ach ja, ich behalse mal. Das hässliche Grün ist übrigens nicht von meinem Ork. Mein Ork ist viel cooler Grün. So nämlich. Das ist diese hässliche Rüstung, die wir tragen. So, Kette. Blub, blub. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Nö, das sind die, die wir gewechselt haben. Genau. Yo, versuch's. Ja, finde ich auch. So, Krixl, wie geht's weiter? Aktiviert den Feuerbombenzünder und er kommt dann mit Kimsys Flugmaschine. Müssen wir die benutzen? Oder wo ist denn der Zünder? Demolierte Hot Rod, hier ist der Zünder. Schnull weg! Bevor alles in die Luft fliegt. Dieses Ding wurde nicht für so viele Passagiere konstruiert. Sucht euch also einen Platz und haltet euch fest. Ich hoffe, ihr habt einen guten Griff. Ach, scheiße. Ah, der Tobak. Na, guck, wir dürfen sitzen. Schaut mal. So, die anderen hängen hier überall dran. Ja, wobei. Hält sich in Grenzen. Hat eine Fliegerbrille auf, die Dame. Bis dahinten wird Krixl sein, schätze ich. Cool. Sporenweber. Wartezimmer wieder. Boah, 701 Level. Ich glaube, es hackt. Feulglimmer. Wer bist denn du? Ist doch weg. Jetzt ist Feulglimmer weg. Macht nix. Wir quatschen. Mit Kinsey. Interessant. Ihr werdet Pläne, mit denen ihr eine Garnison- und Wiederverwertung haben könnt. Garnisonsbauplan. Wiederverwertung. Okay. Bleibt gut drauf. Cool. Hey, Kinsey. Willkommen im Team. Wow, Freunde. 97. Wahnsinn. Da ist der Bauplan. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir mal dringend verkaufen. Wir haben immer noch nichts zu trinken. Das ist furchtbar. Ja, auch das Epic habe ich bewusst verkauft. Ist seelengebunden. Können wir nicht verkaufen. Geht nisch. So. So. Und jetzt? Nix. Hier sind wir fertig. Dann gehen wir doch mal da rüber. Zum Bonus. Ja, Freunde. Die Bonus-Ziele geben nämlich jede Menge... Halt. Da fällt mir was ein. Geben jede Menge EP, wollte ich sagen. Vorher bearbeite ich noch eben die letzte Folge. Denn eine ist fertig. Ich kann wieder eine in den Upload geben heute Nacht. Das ist schön. Ich danke euch fürs Reinklicken vorerst, Freunde. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ich bin lustig. Bis zum nächsten Mal.